Bhagavad Gita, Vers 4.5 Der Höchste Herr sagte, Viele Geburten haben sowohl du als auch ich hinter uns gelassen. Ich kann mich an sie alle erinnern, doch du kannst es nicht, O Bezwinger der Feinde. Erklärung Die Brahma Samhita gibt uns über sehr viele Inkarnationen des Herrn Auskunft. Es wird dort gesagt, Ich verehre den höchsten persönlichen Gott, Govinda, Krishna, der die ursprüngliche Person ist. Absolut, unfehlbar, ohne Anfang und obwohl in unzähligen Formen erweitert, dennoch der gleiche ursprüngliche und älteste und immer von blühender Jugend. Diese ewigen, glückseligen, allwissenden Formen des Herrn werden gewöhnlich nur von den besten vedischen Gelehrten verstanden, doch den reinen Gottgeweihten sind sie immer sichtbar. In der Brahma Samhita heißt es weiter, Ich verehre den höchsten persönlichen Gott, Govinda, Krishna, der immer in verschiedenen Inkarnationen wie Rama, Brishimha und auch vielen untergeordneten Inkarnationen erscheint, der aber der ursprüngliche persönliche Gott ist, Krishna, der sich auch persönlich inkarniert. Brahma Samhita 5.39 Auch wird in den Veden gesagt, dass sich der Herr in unzähligen Formen manifestiert, obwohl er einer und einen Zweiten ist. Er ist wie der Vaidurya-Stein, der seine Farbe wechselt, aber dennoch der gleiche bleibt. All diese vielfältigen Formen werden von den reinen, unverfälschten Gottgeweihten verstanden und nicht von denen, die lediglich die Veden studieren. Gottgeweihte, wie Arjuna, sind ständige Gefährten des Herrn und immer wenn sich der Herr inkarniert, inkarnieren sich auch seine ihm beigeseilten Geweihten, um dem Herrn in verschiedener Weise zu dienen. Arjuna ist einer dieser Gottgeweihten und aus diesem Vers lässt sich ersehen, dass vor einigen Millionen von Jahren, als Shri Krishna die Bhagavad-Gita zum Sonnengott Vivasvan sprach, auch Arjuna in einer anderen Form gegenwärtig war. Der Unterschied zwischen dem Herrn und Arjuna besteht darin, dass der Herr sich an diese Ereignisse erinnert, wohingegen sich Arjuna nicht daran erinnern kann. Das ist der Unterschied zwischen dem Lebewesen, dem Bestandteil und dem höchsten Herrn. Obwohl Arjuna hier als mächtiger Held bezeichnet wird, der seine Feinde bezwingen kann, ist er nicht imstande, sich an das zu erinnern, was sich in verschiedenen vergangenen Leben ereignet hat. Ein Lebewesen, ganz gleich, wie bedeutend es nach materiellen Maßstäben auch sein mag, kann also niemals dem höchsten Herrn gleichkommen. Jeder ständige Gefährte des Herrn ist gewiss eine befreite Seele, doch niemals kann er dem Herrn gleichkommen. In der Prama Samhita wird der Herr als unfehlbar, Adjuta, beschrieben. Das bedeutet, dass er sich selbst niemals vergisst, auch dann nicht, wenn er mit Materie in Berührung kommt. Deshalb können der Herr und das Lebewesen niemals in jeder Hinsicht gleich sein, selbst wenn das Lebewesen wie Arjuna befreit ist. Obwohl Arjuna ein Gottgeweihter ist, vergisst er manchmal das Wesen des Herrn. Aber durch die göttliche Gnade Krishnas kann ein Gottgeweihter augenblicklich das unfehlbare Wesen des Höchsten verstehen, wohingegen ein Nicht-Gottgeweihter, ein Dämon, dieses transzentale Wesen nicht verstehen kann. Folglich können diese Beschreibungen der Gita von dämonischen Gehirnen nicht verstanden werden. Krishna erinnert sich an Handlungen, die Millionen von Jahren zurückliegen. Doch Arjuna konnte sich nicht daran erinnern, obgleich sowohl Krishna als auch Arjuna dem Wesen nach ewig sind. Hieraus können wir ebenfalls ersehen, dass ein Lebewesen alles vergisst, weil es seinen Körper wechselt. Der Herr sich jedoch an alles erinnert, weil sich sein Sajit-Ahnender Körper niemals wandelt. Er ist Advaita. Es besteht kein Unterschied zwischen seinem Körper und ihm selbst. Alles mit ihm Verbundene ist spirituell, während die bedingte Seele von ihrem materiellen Körper verschieden ist. Und weil der Körper und das Selbst des Herrn identisch sind, unterscheidet sich seine Position von der eines gewöhnlichen Lebewesens immer, auch dann, wenn er auf die materielle Ebene herabsteigt. Wie der Herr im folgenden Vers erklärt, können die Dämonen das transzentale Wesen des Höchsten nicht verstehen. und dann, wenn er von der Herr im folgenden Versuch ist, die Dämonen bezeichnet sich das Problem.